Oh Gott wie viele sind hier unten Alles klar die gehören zu uns So freie Bahn jetzt aber schnell hier rüber Platzieren wir das Ding Okay das Ding hier irgendwie lahmlegen mit dem EMT Ich denke mal unmöglich Man weiß gar nicht wo man hinschießen soll Okay durchrennen ab durch die Mitte War eigentlich noch nie eine gute Idee Und ich brauche noch ein paar Kills für den Skillpunkt Okay wir scannen erstmal hier drüben Ich muss sagen das schwierigste hier ist zu wissen wer der Feind ist und wer der Freund Denn die rennen ja alle kreuz und quer durch die Gegend Quert ist eine Mischung daraus Das Kürzel von kreuz und quer Oh so viele Drohnen EMP, EMP, EMP Raus damit Toll, keine einzige weggeholt Hat extrem viel gebracht eben gerade Scheiß auf die Drohnen Endlich ein bisschen Ruhe Okay jetzt nach oben mit uns Das sollte sie bremsen Railguns gesichert Sind auf dem Weg zur Brücke Okay schnell hier durch Noch ein paar Drohnen hier oben Okay Und was machst du hier Nox? Geheimdaten Können wir hier noch Geheimdaten finden? Ich habe so wenig Geheimdaten gefunden Aber ich denke mal hier wird es schwierig Nein hier drüben Geheimdaten Irgendjemand hat hier seine Geheimdaten vergessen Und wir nehmen sie mit Zehn Stück gefunden Nicht besonders viel Denn ich denke mal Wir gehen schon langsam Aufs Ende zu Nicht übel Tja die hat ja noch gefehlt Alles klar Jungs Rein oder raus Wow 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 Nox Dankeschön Du fängst hier meine Kugeln Weitermachen Ist genehmigt Einer noch Ich muss sagen Die Sicht ist eher störend Als hilfreich Aber naja Jeder wie er will Ach Mist Ich will ja scannen Alles klar Legen wir los Und raus damit Booyah bitches Oh Gott was war das Was war das Ah shit So einer wieder Moment Lebensenergie Erstmal eine Seite sichern Der rennt natürlich direkt zu mir Boah der haut mich weg Der Kollege haut mich weg Scheiße man Alles klar Diesmal drehen wir das ganze hier ein wenig anders Ich gehe hier hin Wir säubern dann die Seite da vorne Alles klar Alles klar Da kommen sie Sauber Und jetzt hier durch Komm schon Komm schon Oh einer ist noch hinter mir Okay jetzt geht's los Jetzt kommen wir Decke Und zwar diesmal von hier vorne Und jepp Er will Unbedingt mich Er will mich Unbedingt tot sehen Wie soll ich den hier lahmlegen Leute es ist ein bisschen extrem Leck mich doch Leck mich doch IMP Unbedingt IMP Erstmal scannen So Dann kommen die wieder Granate raus Granate raus Ich muss den unbedingt lahmlegen Kann doch nicht sein Dass der so krass unterwegs ist Der rennt direkt zu mir hin Und Ballert mir die Raketen um die Ohren Wo? Hier vorne Ja ich mach's Aber der steht ja wieder auf Ah der ist immer noch am Leben Yes ich hab ihn Sehr gut Und ne Granate die mich grillen will Also diesmal kommen wir durch Diesmal kommen wir definitiv durch Jetzt schön hier umgehen Immer ist irgendjemand hinter mir Jedes Mal Ach Mist Das war ein IMP Okay sag mir dass wir durch sind Nice Durch die Tür Na komm Okay Wir zuerst Was haben wir hier drüben Geheimdaten Ne Komm schon Baby Geheimdaten Yes Endlich mal wieder Geheimdaten Was haben wir hier drüben Auf der Bröcke Und nichts Was war das eben gerade? Irgendjemand ist böse gestolpert Lichter aus Nachtsicht aktivieren Man ist hier selber völlig blind Habe ich einen weggeholt Keine Ahnung Okay die anderen sind oben Oh shit hinter mir Ich hab keine Lust hier zu krepieren Gebiet gesäubert Und Geheimdaten Dreimal gefunden Nicht schlecht Terminal 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 Hier drüben Erstmal die hier wegholen Oder Komm schon Hau sie weg Alles klar Den letzten hier oben Sehr gut Freie Bahn jetzt hier Auf den Frachter Es geht unter Gut gemacht Sentinal Verdammte Scheiße Es gibt jetzt kein Zurück mehr Was passiert jetzt? Jetzt? Ions hat tausende von Unschuldigen Auf US-Boden getötet Jetzt Holen wir ihn uns Und machen ihn fertig Armada Die nächste Mission beendet Und wir haben drei Punkte Ja die Daten haben sich gelohnt Gut schauen wir rein Wir nehmen uns Hm die Qual der Wahl Ich würde sagen Rückstoß Und den anderen Punkt Den sparen wir wieder Gut Geiste Warum